Radio Klartext, Nachrichten. Sexuelle Delikte gegen Frauen sind seit 2015 deutschlandweit massiv angestiegen. Waren im Jahr 2015 noch knapp über 46.000 Fälle polizeilich erfasst, stieg diese Zahl 2022 auf knapp 120.000, mehr als zweieinhalb Mal so viel. Gemäß dem Bericht Kriminalität im Kontext von Zuwanderung des Bundeskriminalamtes waren die bevorzugten Opfer der ausländischen Täter Deutsche. Im Jahr 2022 waren nur 526 nichtdeutsche Opfer einer sexuellen Straftat mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer, aber gleichzeitig 2729 Deutsche. Zudem wurden fast 800 Gruppenvergewaltigung registriert, statistisch mehr als zwei an jeden Tag. Die Verabschiedung des neuen Gesetzes zur Bezahlkarte von Asylbewerbern in der kommenden Woche im Bundestag droht zu scheitern. Die Grüne Partei findet den Ausschluss von Migranten vom Bargeld diskriminierend. Damit könnte die Ampel das bisher geplante Vorhaben nicht mehr umsetzen. Zustimmung kommt zwar von Union und AfD, aber ein gemeinsames Abstimmen mit der Opposition ohne den dritten Partner kommt für SPD und FDP nicht in Frage. Die Ökosozialisten würden einen solchen Vorgang als Affront werden, der den Fortbestand der Ampelregierung gefährden könnte. Die Freien Wähler in Sachsen lehnen Brandmauern gegen politische Kontrahenten wie die AfD ab. Damit haben sie am Wochenende auf einen gefassten Beschluss des Bundesparteitages ihrer Partei reagiert. In Bitburg hatten mehr als 440 Mitglieder der Bundesebene für eine strikte Abgrenzung zur AfD gestimmt. Der Chef der sächsischen Freien Wähler Thomas Weidinger sagt, man nehme den Beschluss zur Kenntnis, unterstütze ihn aber nicht. Man habe in Deutschland keine guten Erfahrungen mit dem Bau von Mauern gemacht. Eine öffentliche Aussage des Vorstandsmitglieds der Europäischen Zentralbank EZB, Elderson, sorgt für Furore. Dieser hatte seine Ablehnung gegenüber nichtgrünen Angestellten geäußert. Er möchte diese Menschen nicht mehr, sagte der Funktionär und fragte, warum solle er solche Leute einstellen, die umprogrammiert werden müssten, weil sie zwar von den besten Universitäten kämen, aber nicht wüssten, wie man das Wort Klima buchstabiert. Das Vorstandsmitglied meint damit, dass jeder EZB-Mitarbeiter in seinem Sinne umerzogen werden müsse. Angestellte bezeichneten diese Äußerung als autoritär und nicht förderlich. Nach Gemälden und Büchern wird nun auch begonnen, klassische Opern auf politische Unkorrektheiten zu untersuchen und gegebenenfalls zu ändern. Der Regisseur und langjährige Opernintendant Berthold Schneider hat deshalb die Edition Kritische Klassik ins Leben gerufen, in der er alternative Textvorschläge für Opernklassiker macht. Als erstes geht es um Mozart's Zauberflöte. Darin würden sich viele verbale Herabsetzungen finden, die sich auf Frauen und sogenannte People of Color, also Schwarze, beziehen. Am offensichtlichsten sei das in der Figur des Bösen, des sogenannten Mohren Monostatos. Beim platonischen Duett zwischen Pamina und Papagenu würde oft das Wort Vibe benutzt, das heute als herabsetzend empfunden würde. Der gebührenfinanzierte Sender Deutschlandfunk begrüßte das Vorhaben. Die Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland hat erneut abgenommen. Nur noch 36 Prozent bejahen die entsprechende Frage der Meinungsforscher von Berrian, früher Emnet. Damit sinkt der Wert auf ein neues Allzeittief. Vor gut einem Jahr im Dezember 2022 zeigten sich 52 Prozent mit der Demokratie zufrieden, im Juni 2023 waren es lediglich nur 38 Prozent. Besonders wenig zufrieden sind mit 28 Prozent die Ostdeutschen, während der Wert im Westen auf das Rekordtief von 39 Prozent fällt. Schwere Niederlage für den grünen Wirtschaftsminister Habeck. Nach anderthalb Jahren gelang es dem Magazin Cicero gerichtlich die Herausgabe der internen Akten zur Atomkraftdebatte zu erstreiten. Die Behauptungen von Habecks Wirtschaftsministerium, die Veröffentlichung der Akten hätte nachteilige Auswirkungen auf die Vertraulichkeit der Beratungen innerhalb der Bundesregierung überzeugten den zuständigen Richter am Berliner Verwaltungsgericht nicht. Die Argumentation sei nicht plausibel, befand er. Und nun das Wetter. Heute überwiegend stark bewölkt, nachlassender Regen, Höchstwerte zwischen 8 und 14 Grad. Auch in der Nacht ist es stark bewölkt, gebietsweise schauerartiger Regen, Temperaturgang auf 7 bis 2 Grad. Und nun weiter mit der besten Musik aus dem Elbtal auf Radio Klartext. und in der Kurzzeitsklinik. Und jetzt in der Kurzzeit, in der Kurzzeitsklinik werden, Und jetzt in der Kurzzeitsklinik wird sich in der Kurzzeitsklinik, Ja, jetzt gar nicht möglich, aber das ist das Lied,